Auf welches Land setze ich mein ganzes Geld? Dieser Mann hier in Köln malt Länder auf dem Boden und die Menschen können dann Geld auf ihr eigenes Land setzen. Oh mein Gott, schaut euch mal Albanien an. Die gönnen ja richtig. Ich werde jetzt auch auf ein Land setzen, aber nicht auf Albanien. Und habe ich überhaupt noch Kleingeld? Naja, so ein bisschen sollte reichen. Also let's go, auf welches Land würdet ihr euer Geld setzen? Jetzt seht ihr, für was ich mich entscheide. Ich bin doch halb Holländer, ihr wisst Bescheid. Außerdem brauchen die eh mehr Geld, oder?